Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Streets, da war ich im Post Office unterwegs, da gab es einen schönen Fight mit der Mutant und da gibt es auch zwei Dinge, die sich seit dem letzten Patch geändert haben. Einerseits das Taschenlampen-Meta, ich habe zwei Taschenlampen an der Waffe, bin da noch ein bisschen am Ausprobieren mit dem Setup, welches das Beste ist, aber ich denke mal, das wird ziemlich meta werden und man sieht sehr gut, wie der Sound funktioniert, wie er sich verbessert hat und ich habe am Anfang ein bisschen rumgemechert über den Sound, aber inzwischen muss ich sagen, er funktioniert echt gut, ist natürlich noch lange nicht perfekt, aber an der Stelle, man läuft wieder durch die Gegend und kann über den Sound um sich herum kontrollieren, wo der Gegner ist und kann sagen, da ist er und kann viel sichere in Fights gehen und genau das ist auch passiert in dieser Szene. Da ging es wirklich zur Sache, viel Loot, PvP, aber ich will es euch nicht spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, Twitch.tv.au, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment erstmal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ich werde alt, Amy, ich verrate ein Geheimnis, du auch. Ich könnte jetzt natürlich auch erzählen, wie das ist mit dem Altern bei Männern und bei Frauen. Das lasse ich jetzt. Nein, ich sage das jetzt nicht. Hier sind mindestens zwei Frauen anwesend. Ich mache mich sowas von unbeliebt. Auf keinen Fall. Da ist schon jemand da. Er denkt, ich habe ihn nicht gehört. Er hat seinen Laser umgeschaltet. Schalten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was war das denn, Mann? Eine Flashbang? Sound funzt, Leute Weiß nicht, ob noch einer da ist Da sind möglicherweise noch zwei Die haben mich nicht getroffen Ich glaube, die waren sowas von blind Die haben mich einmal getroffen Hier ist er Er ist die Treppe hoch Ich weiß, dass er hier ist Steht er Ah, das sind Scaps, what the fuck Was macht ihr da? Ey, mal hat sie alle gehört? Also die zwei, die standen natürlich nicht, aber Gut, die kotzen jetzt erstmal Im Strahl I like Die Lampe ist so Hier, Leute, ich sag's euch Da seht ihr das Meter In ein paar Wochen laufen alle so rum Wenn sich das rumgesprochen hat Erzählt's nicht weiter Weil Wenn das andere auch machen, ist es nicht mehr so geil Das wird mega nervig Die hocken jetzt noch im Discord Und überlegen, warum sie mich nicht getroffen haben Erstmal verdrogen Oh, hier war die Tür zu Die nicht jeder einfach so rein kann Oh, Freunde der Sonne Level 20 Ich riskier für Level 20 Muss man mich mal lassen Respektabel Ach so, Moment Können die ja mitnehmen Wie soll es denn sein? Wie soll es denn sein? Wie soll es denn sein? Versuch es, wenn ich getroffen bin Dass ich jetzt mal Ich schreien Ich schreien Und Ich schreien Können wir auch im Prinzip schon wieder gehen, ne? Ist ein wenig voll Er wollte ne Quest machen Scheiße Ich brauch mein Backpack Ich bin ein wenig voll drei die wissen dass ich da bin die was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? bambachlos ok 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 fmz zwei noch ich weiß nicht ob ich den einen wirklich hab 8 9 9 10 10 11 15 16 16 Er ist tot. Er ist unten. Unter mir, genau. Scheiße. Echt jetzt? Das sind nochmal andere. Ich weiß nicht, ob das die zwei sind. Das sind nochmal andere. Das sind Naden. Ich hab keine Ahnung. Einer könnte tot sein. Die könnte gut gewesen sein. Ich hab keine Ahnung. Hinten ist ausgelaufen Keine Ahnung, ich glaube, die haben beide überlebt Scheiße Moin Park Zocker Das ist halt das Fenster, das so scheiße verbarrikadiert ist, ne? Wenn der andere keinen Headshot bekommt Horti, vielen Dank für den Follower bekommen Oh, Damian Der könnte doch verreckt sein da Er hat immer noch geatmet Vielleicht der zweite gestorben Keine Ahnung, was die zwei hier machen Er ist hier noch Kommen gleich die Nades Oh What the fuck Okay Einen noch irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob der da hinten drin ist. Man sieht es nicht. Nicht gelootet. Der Lee. Vielen Dank für den Follow. Willkommen. Oh, Zucker. Looten ist auch wichtig, Leute. Kein Schimmer, ob ich die da drüben habe oder ich weiß es nicht. Es waren auf jeden Fall drei. Spieler hier. Ich loote jetzt, aber verschwinde ich hier. Hier sind Bums dran. Ich mache das, was ich weiß es nicht. Ich mache das hier. Er hat drauf geschissen. Ich hole meinen Rucksack, gehe ich den drüben looten und dann gehe ich Klimawstreet raus. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wir brauchen Drogen. Könnte halt sein, dass der noch drüben im Treppenhaus ist, ne? Eigentlich müsste ich den seinem Jürtel nehmen. Sprung hier irgendwo. Außen. Könnte ein Scavs sein. Sie ist nicht offen, ne? Ich bin hier. Ich bin hier. Hey, Garnad, servus. Ai, ai, ai. Hier jumpt irgendwas. What the fuck is here los? What the fuck is here los? Oh, the Scaf Player. Drei noch. Dürfen nicht unten an die Waffen kommen. Dürfen nicht unten an die Waffen. Hey, kaputt. Entschuld. Also hat man schon. Okay. 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 Ich dachte, ich würde ihn jetzt hören. Ich höre ihn nicht. Den hab ich schon geplündert, ne? Okay. 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 Schauen jetzt, dass wir hier rauskommen, ey. Der Scaf Player brauche ich jetzt nicht fighten. Die nerven mich jetzt schon. Okay. 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 And then, at Barak's 4 mein Geschenk. Abo. Ach so, ja. Genau, Baraks. Dankeschön für die drei Monate. Shit. Ich baue die jetzt auseinander. Die ist eh ein bisschen im Arsch, heißt es. Ich habe keinen Bock, hier umzubasteln. Ja, gut. So Let's mal Ähm Lass mich jetzt fliegen, scheiß drauf Steps unten, die hab ich natürlich gehört Da, keine Sorge Keine Sorge Ganz wilde Runde, ja Mach mir die Sintflut, ey Reicht, ihr dürft den Rest haben, gönnt euch Das ist aus Sintflut, ja Wundervoll Wer soll es holen, er lauft noch Das sind noch einige Scafplayer Rechts höre ich was Let's go Raus hier Exit klappt, oh Leute, macht Hallo YouTube im Chat Ich hab keine Ahnung, wie viele Kills das waren Es waren auf jeden Fall Es war eine ganz brauchbare Runde Die war ziemlich interessant, ich konnte jetzt gar nicht viel reden Die war hart, die Runde, ey Äh, nee, nicht unbedingt Ratte Macht mal Hallo YouTube im Chat, verewigt euch mal Mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay, draußen hab ich wohl keinen Doch den da vielleicht, oder? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Draußen hatte ich keinen von den beiden, die da rüber gesprungen sind Aber trotzdem Es gibt Namen, ne Also es hätten noch 2 mehr sein können, die auch über den Zaun gesprungen sind Die hätte ich auch noch haben können So Wundervoll 71 Treffer, 219 51, 51, 2 Passt, machen wir hier einen Marker To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again